Ich könnte mir auch sagen, was ich spielen soll. Ich probier alles aus. Du darfst spielen, was du willst. Passe dich an. Ich spiel jetzt mal hier. Senjata. Im Quick Play brauchst du dich auch eigentlich nicht anzupassen. Wenn du verlierst, verlierst du. Im Quick Play hast du mich eher Helden ausprobiert. Wir können auch Überraschungshelden machen. Ja, das hab ich ja in der Zeit immer gespielt, damit ich jeden Mal spiele. Aber ich war mehr damit beschäftigt, rauszufinden, was die überhaupt können. Wenn ich ins Rank gehe, habe ich meine Standardhelden Troja, Reinhard oder Selbstmesserter. Einer der drei, finde ich immer, meistens Reinhard. Und ich hab dann im totalen Chaos-Modus mit Reinhard einfach meine 25er Käse. Totaler Chaos. Das ist so übel. Ja, da ist schon mal eine 15er. Ja, das ist auch übel. Das ist reines Rumgewenzel. Du gehst rein, bockst die um und gehst wieder raus. Ja, auf PC ist es für mich noch ein bisschen einfacher. Ich muss mich erst mal an die Steuerrunde drüben. Du kannst dich halt nicht mehr ganz so schnell drehen, aber das ist ja kein Problem. Mit Maus könnte ich mich übrigens auch nicht so schnell drehen wie du mit Maus, weil ich sie nicht so hoch einstelle. Oh scheiße, die kommt. Ja, du würdest du dir wahrscheinlich auf 4.500 dpi schnell. Da reicht ein Klick oder eher ein Millimeter und schon bist du 30 Kilometer weiter. Das ist das Problem. Wenn meine Maus zu schnell ist, komme ich gar nicht mehr mit der klar. Oh, mal leid, ich hab vergessen meinen Hirschlack. Ich mag es lieber träge. Ach du scheiße. Ich sollte nicht mit Frau gehen. Affe tot. Ah nein, dieser Hanji schon wieder. Der heißt jetzt Hanji. Voll, wenn du Affe sagst, muss ich dir jetzt eine Big Bang. Hä? Wir sind alle kritisch. Ich hab nicht so weg, diese Big Bang. Wir sind alle kritisch. Aber nach irgendeiner Folge hab ich nicht mehr weitergeschaut, weil ich mehr 7 Macs schaue als Osi. Netflix. Ich hab kein Netflix. Affe, Affe, Hilfe. Ich bin erst unterwegs. Alter, was ist das für ein weiter Weg? Ich bin da. Ah, noch mehr. Jawoll, stirb. Hanji, komm her. Der ist eigentlich kein Problem für mich, weil immer wenn er schießt, muss ich nur den Schild schnell hochmachen. Oh. Okay, ich bin gegrillt. Nein. Ja, Hanji ist tot. Affe. Soja. Ich lebe noch. Ah, verdammt. Ich hab mich verfehlt. Oh. Da kommt auch ein Junkrat. Oh, da kommt auch ein Junkrat. Oh, da kommt auch ein Junkrat. Oh, da kommt auch ein Junkrat. Und da kommt auch ein Junkrat. Oh. Oh. Oh, da kommt auch ein Junkrat. Oben. Um. Hamburg ist tot. Ja? Aha? Ah, verdammt. Jetzt hab ich versehen, meine bloßige Sorge. Ah, wieso machst du das? Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Wieso drückst du Dreieck? Ich hab trotzdem noch einen mitgenommen. Äh, weil ich mir eigentlich meinen Heal-Spot setzen wollte. Okay, der kommt nicht mehr weg, der stirbt. Wollte aber auch mal mal einen Schritt auf dem Spielplatz haben. Hab noch mal drauf gestanden. Irgendwo oben ist einer. Okay. So, der ist auch schon weg. Nein. Oh nein, Affe schon mit Augen. Affe stirbt, Affe stirbt, Affe stirbt. Ich hab Shadow gerade geschrieben. Böses Shadow. Böses Shadow? Böses Shadow, ja. Hier ist so viel Action, hier kann ich manchmal nicht so wirklich. Aber da guck ich zu selten in den Chat, weil ich es auch nicht gewohnt bin, dass da überhaupt jemand ist. Manchmal komm ich auch mal rein. Naja. Kommt mal selten vor, weil ich leider gottes kaum benachrichtigungen bekomme. Ich will mal was austesten. Ich will mal Meura testen. Shadow hat gesagt, wenn wir eine Meura hätten, dann wären wir gut gestellt oder so. So, aber wenn ich sie nehme nicht. Heilo, Damage, Heilo, Damage. Muss ich mir mehr. Vergesse ich doch wieder. Ich versuche dann die Gegner zu heilen und uns zu schaden. Und wenn da Patrick zu irgendeinen flachst, sieht man nicht so gut? Herr Watcher Zettelice. Nein! Ja, hier sind irgendwie sehr viele. ich darf nicht vergessen als heiler sollte ich nicht so offensiv spielen aber so ein bisschen schneller schweben der bei sie hat er auch keine ein bisschen schneller schweben so heiß so wie koko oder so nein ich muss hier nicht beschützt du mich wieso bist du weg scheiße das ist nicht gut nein nein ich komme nicht mehr hin stell dich aufs feld okay machen wir überraschungshelden das wird ja noch besser ja ach der der wie hanschi 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 wie er eh in so einem schaden weißt du und dann hat der team einfach nur lack und trifft vorher keinen händlichen verdammten schädel als gruppe verlassen ist das so genial es war einfach 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 so genial so arcade ich spiele zwar echt selten Hans aber das kriege ich selbst ja der hat sich ja noch nie mal bewegt ja was ist es ja das finde ich auch gar nicht kann ich diese komische Uffin Tante wie ist sie denn wie ist sie denn guck mal guck mal Javier da sucht er bestimmt länger weil keiner hat bock wirklich auf diese Mitch Hart hat ich habe die letzten Tage aber immer mal gespielt ich spiele das ja eigentlich auch mal gern obwohl ich spiele lieber Chaos Modus der ist geil kann ich immer terrorisieren so oft ich will so Hanzo hat jetzt diesen Spitznamen warum sehe ich keinen? Nein 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 ich will nicht Genji sein Jaja genau Genso ich bin jetzt Genso Ich bin Sondra Ok Oh wir haben zwei Genjis wir sind so schnell tot Ich kann den überhaupt nicht spielen, ich finde den total nervig. Ich vermisse jetzt irgendwie das Unlimited, was sie letztens gespielt haben, Killer. Das war doch so geil. Killer? Hä, nochmal. Der Modus hier, wo wir jeden Helden spielen konnten, egal wie oft der Dash ist, der fehlt mir. Ah, danke für den Follow, Shadow. War doch Shadow, oder? Ah, nee, nicht Shadow, das war Fabian, sorry. Ich dachte, Shadow hätte mir gefolgt. Ich habe es nämlich gerade erst gesehen, wer mir gefolgt ist. Hi, Fabian. Jetzt bin ich... Oh nein, Hanji. Ah, ich treff doch nichts. Ich bin doch schlecht. Ich bin schon wieder gekrochen, ey. Ihr riecht nach Popcorn im Haus. Warum riecht ihr nach Popcorn? Ja, ich habe jemanden getötet. Ich habe einen getötet. Was? Was? Wie konnte das denn passieren? Dass ich jemanden mit Junker töte. Ja, ich habe schon wieder jemanden getötet. Was? Ich habe auch noch jemanden mitgewicht. Scheiße. Was geht ab? Ich werde ab jetzt... Hallo. Ich werde jetzt Junker pro. Ja. Hanji Rules. Normalerweise spiele ich am meisten Diva. Aber das ist ja jetzt Überraschungshelden. Diva ist so schönes, leichtes Ziel. Oh Gott. Ich treffe Diva nicht. Die trifft mich nicht. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das? Oh nein, ich bin der Affe. Ach stimmt, Shadow. Deinen Follower habe ich ja schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer alles bei mir verloren ist. Diva on the rocks. 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 Ach so, wir müssen jetzt einen Wagen schieben. Ich habe jetzt den Lieblingscharakter von Liz. Aber Bastion ist ja auch... Oh nein, ich bin tot. Also den habe ich mal gespielt, da muss man ja gar nichts kennen, oder? Bei Bastion? Nicht wirklich. Einfach draufhalten. Ihr habt voll die gleichen Stimmen. Echt? Alter, ich bin hier voll der Maypro. Was ist hier los? Ich habe dir geholfen. Ja, aber ich habe überlebt. Nein. Ich bin die Callcenter-Schlampe. Was bist du? Was bist du? Die Callcenter-Schlampe. Ach so. Verstehst du jetzt den Ding? Naja. Jawohl. Ich habe mit der Callcenter-Schlampe jemals noch umgebracht. Ich bin Diva. Man, stirbt doch mal, Mann. Darum ist eine Farah, kann ich mal jemanden sagen. Guck mal, wer ich bin. Wo bist du? Ich schiebe gerade hier den Wagen und den kann noch momentan von euch. Ah, da seid ihr. Guck mal. Sven, guck mal. Ach so. Du bist Terror-Bunny. Okay, zwei Terror-Bunnys. Ah, nein. Nein, ich will meinen Terror-Bunny nicht verlieren. Ich will meinen Terror-Bunny nicht verlieren. Nein. Dieser Hanji. Der Drecksack. Aus dem Hinterhalt. Die ganze Zeit. Das ist ein Hanzo-Main. Ohne Scheiß. Das ist ein Hanzo-Main. Und dann, wo ist das einer? Ich bin einfach kein Sniper. Ich hatte ja gerade Widow. Ach, das ist ein Matcher. Oh, Widow zu spielen ist bestimmt ziemlich schwer. Besonders mit Controller. Ich stehe mir das nicht so einfach vor. Ich weiß nicht, ob es mit Maus leichter ist. Oh nein, das ist ein Terror-Bunny. Ich bin nicht. Aber der hat ja eher so komischen Finger da. Oh Gott! Hilfe! Ich habe was getötet. Es waren nur 13 Punkte davon, aber egal. Oh, ich glaube, wir müssen erst mal die Mercy töten. Oh, noch ein Hanji! Was ist hier los? Oh nein! Oh nein! Ich bin tot. Ich bin so tot. Warum auf mich? Warum auf mich? Ich kann nicht gut mit Tracer und mit Anna noch weniger. Man muss immer mit dem blöden Stick auf den Boden gucken, damit sie ihre blöden Pfeile da hinstellt. Oh Gott. Also Overwatch spiele ich schon seit... Seit wann spiele ich Overwatch? Das ist eine gute Frage. Ich werde relief. Hey, ich spiele das eigentlich nur ab und zu immer. Na, ich hatte das... Es gab ja mal irgendwie so ein kostenfreies Wochenende und... Ich kenne meine Skills nicht! Heil ich euch, wenn ich euch anschieße? Ja, ne? Ich hatte aber... Ja... Ja... Ja, gut. Und die Gegner verletze ich damit? In dem überhaupt nicht. Gut. Ja, meine ich ja. Das habe ich nie so ganz kapiert. Ich habe Anna immer für verrückt gehalten, wenn sie auf mich schießt. Weil ich nicht wusste, dass sie dich damit teilt. Okay. Okay. Hey, ihr geblieben! Ich werde dich heilen! Der eine zieht mir an. Der andere zieht mir an. Bei Roadhog. Boah, bei Roadhog ist es übel. Alter, was zur Hölle macht ihr mit dem Reinhardt? Der ist in der Klemme. Und ein kritischer Diva-kritischer Diva-Frieg. Ja, du hast eine kleine Chance. Das war's. Gewonnen. Sehr gut. Und zwar mit Helden, die ich normalerweise gar nicht spiele. Ja. Der hat noch weniger Schaden bei Gegnern mit Anna. Na gut, ich habe ja jetzt auch nicht gezielt beim Schießen mit Anna. Ah, mit der muss man eigentlich schon genau treffen. Naja, ich habe euch ja gut getroffen. Und das No-Scope halt, ne? Deswegen habe ich euch auch getroffen. Hätte ich gezielt, hätte ich euch nicht getroffen. Weißt du, was ich in Digimon direkt am Anfang genießt habe? Du wirst einfach von einem fucking Wald verbringelt. Ja. Das ist so geil. Ich habe mich so weggesetzt. Ich kann eure Stimmen überhaupt nicht auseinanderhalten. Das ist echt krass. Mit der Zeit wirst du dich vielleicht rangehören. Ja.